Wie Sie wahrscheinlich gesehen haben, Stand Megan makele erneut im Mittelpunkt der Kontroversen, nachdem ihre Aktionen bei Trooping the Color die Augenbrauen hochzogen und ein paar Federn zerzaust hatten. Insiderquellen zufolge nahm König Charles Meghans Eskapaden nicht gut auf und sprach Berichten zufolge eine strenge Warnung aus, um sie an ihren Platz in der königlichen Familie zu erinnern. Bevor wir auf die Details eingehen, möchte ich für diejenigen, die es vielleicht verpasst haben, kurz die Ereignisse von Trooping the Color zusammenfassen. Sionsgemäß versammelten sich Mitglieder der königlichen Familie auf dem Balkon des Buckingham Palace, um der Geburtstagsparade des Herrschers beizuwohnen. Die diesjährige Troopingfeier am 2. Juni diente als offizielles öffentliches Debüt der neuen Rolle von König Charles als Staatsoberhaupt nach dem Tod seiner Mutter, Königin Elisabeth II. Im vergangenen September. Alle Augen waren verständlicherweise auf den neuen Monarchen gerichtet, als er seine erste Trooping-Zeremonie als König beaufsichtigte. Zu Charles auf dem Balkon gesellten sich seine Geschwister, Prinzessin Anne und Prinz Edward, sowie Camilla, Königin Gemahlin. William, Carter und ihre drei Kinder George, Charlotte und Louis waren ebenfalls anwesend, um den König zu unterstützen. Auffallend abwesend waren Prinz Harry und Meghan, die von ihren offiziellen königlichen Rollen herabgestuft worden waren und nicht mehr automatisch das Recht haben, zu erscheinen. Überraschenderweise beschloss König Charles jedoch, einen Olivenzweig auszustrecken und lud die Sussexes ein, mit dem Rest der Familie den Vorbeiflug zu beobachten. Zunächst schien es, als sei Meghan damit zufrieden, wie beabsichtigt eine Nebenrollen neben Harry zu spielen. Beobachter mit scharfen Augen bemerkten jedoch bereits wenige Minuten nach Beginn der Feierlichkeiten eine subtile Veränderung in ihrem Verhalten. Zu diesem Zeitpunkt wurde mehreren Berichten zufolge begonnen, Meghan an die Vorderseite des Balkons zu drängen, um im Mittelpunkt zu stehen. Einer Insiderquelle zufolge wurde die ehemalige Schauspielerin ungeduldig, als sie neben Harry und den anderen nicht arbeitenden Royals stand, und bestand darauf, ihr eine prominentere Position zu geben, die mit den hochrangigen arbeitenden Royals wie Charles, William und Cate gleichwertig sei. Dies sorgte angeblich hinter den Kulissen für Unmut, da Meghan kein angeborenes Recht auf einen solchen prominenten Platz hatte. Als ihre mehrfachen Anträge, vorgezogen zu werden, von den Beamten gemäß dem Protokoll abgelehnt wurden, war Meghan laut Quellen merklich frustriert und verärgert. Aber es kommt noch schlimmer. In einer eindeutig aufmerksamkeitsstarken Bewegung packte Meghan dann angeblich Harry am Arm und führte ihn gewaltsam mit sich zur Vorderseite des Balkons neben König Charles. Ein Zeuge sagt, der König sehr sichtlich verärgert über die Störung gewesen und habe Meghan einen Blick zugeworfen, der die Tränen in die Luft rühren könnte. Natürlich zog dieses dreiste Verhalten viele Augenbrauen hoch und brachte Meghan erneut in Schwierigkeiten. Die Nachricht von dem Vorfall erreichte bald Palast Insider, darunter auch König Charles selbst, und Quellen zufolge war die neue Monarchin absolut wütend darüber, dass Meghan versuchte, ihn bei einem so wichtigen nationalen Anlass in den Schatten zu stellen und ihn zu respektieren. Charles hat offenbar genug von den Diverpussen von Meghan und Harry und den Forderungen nach einer Sonderbehandlung, wenn sie aus ihrer Villa in Kalifornien nach Großbritannien zurückkehren. Als Reaktion darauf unternahm Charles den beispiellosen Schritt, Meghan eine strenge Warnung auszusprechen, was die Sars-Axis in Aufruhr versetzte. Eine Quelle aus dem Palast verrät mir, dass Charles seine Privatsekreterin Harry wegen eines dringenden Treffens auf Schloss Windsor anrufen ließ. Als sich die Brüder privat trafen, machte Charles seinen Unmut deutlich. Berichten zufolge sagte er zu Harry, das Verhalten ihrer Frau hat eine Grenze überschritten und sagte, sie müsse ihren Platz verstehen und aufhören, Forderungen zu stellen. Charles bekräftigte weiter, dass seine nicht arbeitenden Royals, Meghan und Harry, nur als Gäste nach eigenem Ermessen und nicht als gleichberechtigte Gäste zum Trooping eingeladen wurden. Der Quelle zufolge warnte Charles, dass jede weitere Störung oder Aufmerksamkeit erregende Handlungen von Meghan nicht toleriert würden und ihre Beziehung zur königlichen Familie dauerhaft schädigen könnten. Die Botschaft war klar, König Charles wird es nicht dulden, dass Meghan die Institution missachtet oder versucht, hochrangigen Mitglieder der königlichen Familie bei vielbeachteten königlichen Veranstaltungen in den Schatten zu stellen. Er erwartet, dass sie von nun an ohne Zwischenfälle eine Nebenrolle spielt. Eine strenge Ansprache von Harrys Vater erschütterte das Paar laut Insidern. Insbesondere Meghan soll von der Herabwürdigung betroffen sein und es nicht gewohnt sein, auf diese Weise diszipliniert oder zur Rechenschaft gezogen zu werden. Zwischen den Sussexes und dem Rest der Familie herrscht derzeit sicherlich Spannung. Zwischen den Sussexen